wir stehen zur verfügung wir stehen zur verfügung seid gegrüßt ich bin ohne furcht denn gott ist bei mir aufbruch ihr seid der teufel wäre ich euer vater eine produktion kommt zum erliegen zwingt mich nicht zum äußersten bereit los wir sind bereit in ordnung bereit wir marschieren ich fürchte mich nicht vor euren seiten worum geht es los nichts kann uns standhalten wir sind unterwegs es geht doch wir stehen zur verfügung noch es ist zeit zu gehen mein Respekt zu befehlen salam aleikum jawohl in ordnung jawohl vor mir durch eure anweisung die armee marschiert los eure anweisung der feind greift eines ihrer schiffe an sind auf dem weg sie haben den feind nieder der die 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 war auf die Das war's für heute. Worum geht es? Volles Rohr! Worum geht es? Jawohl! Handelsgebäude erobert. Bereit? Wenn ich euch so ansehe, erfüllt mich väterlicher Stolz. Wir haben eine Schlacht. Wird gewonnen. Bereit? Wir sind bereit. Zu befehlen. Was ist zu tun? In Ordnung. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bereit? Lasst sie bluten! Handelsgebäude erobert. Nichts kann uns standhalten. Die Armee marschiert los! Formiert euch! Ein Gegner hat eine Trutzburg auf ihrer Insel errichtet. Gesandte haben sich in die Präsidium niedergelassen. müssen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Arbeit! Vortrefflich! Vortrefflich! Wirklich! Nichts kann uns standhalten! Wie ihr befehlt! Wir stehen zur Verfügung. Bereit? Die Armee marschiert los! Euer Befehl. Formiert euch! Ihr seid nicht reinen Herzen! Ihr seid nicht reinen Herzen! Was ist zu tun? Wir stehen zur Verfügung. Die Armee marschiert los! Bereit? Ja! Alles in die Luft! Wie lautet euer Befehl? Ich bin im Geheimen! Eure Anweisung? Worum geht das? Bereit? Volles Rohr! Wir sind bereit. Bereit? Wir stehen zur Verfügung. Sind unterwegs! Ihr seid ganz nach meint. In ihrer Siedlung fällt es an Gemeinschaft. Bereit? Was ist zu tun? Wir sind bereit. Wie ihr befehlt. Sind auf dem Weg. Wir marschieren los. Dann los! Jawohl! In Ordnung! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir sind bereit. Jawohl! Zu Befehl! Was ist zu tun? Fairer Handel. Nichts kann uns standhalten! Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ihre Truppen waren sich... Kein Wort mehr! Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Ihr seid der Teufel! Wir stehen zur Verfügung. Was ist... Ich habe Abweisungen erhalten, euch in dieser Sache beizustehen. ein Gegner hat eine Trotzburg auf ihrer Insel errichtet. Ruft eure Ritter zurück. Nichts kann uns standhalten. Die Armee marschiert los. Eure Anweisung? In Ordnung. Bereit? Ruhm und Ehre. Was ist zu tun? Worum geht das? Worum geht das? Ein neutrales Gebäude wird nicht mehr mit den benötigten Waren beliefert. Bereit? Bereit? Jawohl. Formiert euch. Was ist zu tun? Wie lautet euer Befehl? Nichts kann uns standhalten. Worum geht das? Zu Befehl. Jawohl. Worum geht das? Angetreten? Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren los. Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was ist zu tun? Was ist zu tun? Die Gottlosen aber bringen sich... Die Gottlosen aber bringen sich... Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Halte mich nicht zum. Zum؟ Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bereit? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Worum geht das? Was ist zu tun? Ziel, Anvisierung! Zwingt mich nicht zum Äußersten. Eines der... Ich stelle mir... Kein Wort mehr. Es wäre mir ein Vergnügen. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir sind bereit. Wie ihr befehlt. Wie lautet euer Befehl? Die Armee marschiert los. Sind auf dem Weg. Was ist zu tun? Zu befehlen. Wir sind bereit. In Ordnung. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was ist zu tun? Zu befehlen. Jawohl. Dann los! Lasst mich euch ein wenig unter die Arme gehen. Bereit? Nichts kann uns standhalten. Wie lautet euer Befehl? Nichts kann uns standhalten. Was fällt euch ein? Wir sind bereit. Dann los! Wie lautet euer Befehl? Was ist zu tun? Formiert euch. Wie lautet euer Befehl? Sind unterwegs. Wir stehen zur Verfügung. Worum geht es? Wie lautet euer Befehl? Jawohl. Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren los. Wir stehen zur Verfügung. Wir sind unterwegs. Wie lautet euer Befehl? Ziel anvisieren. Jawohl. Wie lautet euer Befehl? Worum geht es? Wie lautet euer Befehl? Was ist zu tun? Was ist zu tun? Noch ist Zeit zu gehen. Nichts kann uns standhalten. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Worum geht es? Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Nichts kann uns standhalten. Wir marschieren los. Wir sind bereit. Ja! Alles in die Luft! Ziel anvisieren! Ihr macht einem alt. Was ist zu tun? Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Schnelle, wendige Schiffe sind oftmals... Was ist zu tun? Was ist zu tun? Worum geht das? Bereit? 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 Was ist zu tun? Lasst sie bluten! Bestimmt wollt ihr euch für meine Dienste. Seines Tages werde ich mich erkenntlich zeigen. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Jawohl! Worum geht das? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Neck? Was ist zu tun? Sie haben den Feind niedergerungen. Formiert euch! Eure Anweisung? Sind unterwegs! Jawohl! Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Bereit? Sind unterwegs! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Formiert euch! Was ist zu tun? Zu befehlen. Jawohl! Wie lautet euer Befehl? Sind unterwegs! Wir stehen zur Verfügung. Die Armee marschiert los! Abfolio! Deine山 her! Wir helfen! Sanfte, Jesus! Wir gehen! Ah! Wacht! Verrk! � Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Worum geht das? Worum geht das? Wir stehen zur Verfügung. Aufbruch! Was ist zu tun? Salam Aleikum. Ihr seid der Teufel. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Sandsturm hat sich wiedergelegt. Jawohl! Die Gottlob! Wir sind bereit. Nichts kann uns standhalten. Wir sind bereit. Lasst sie bluten! Jawohl! Tag! Alles in die Luft! Wir sind bereit. Was ist zu tun? Handelsgebäude eingenommen. Handelsgebäude erobert. Jawohl! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was ist zu tun? Eure Anweisung? Worum geht das? Bereit? Bereit? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Bereit? Wir marschieren los. Wir marschieren los. Jawohl! Zu Befehlen. Worum geht das? In Ordnung! Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Euer Besuch ist mehr... Welch Anmaß ihr seid! Wir stehen zur Verfügung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ein gutes Geschäft. Eure Anweisung? Was ist? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jawohl! Einer los! Einer los! Ich nehme von dir, was mir zustellt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Bereit? Eure Anweisung? Nichts kann uns standhalten. Haltet eure Soldaten im Zaum! Meine Schiffe... Wie lautet euer Befehl? Bereit? Bereit? Es war ein Schiff wie dieses... Wie lautet euer Befehl? Bereit? Eure Anweisung? Was ist zu tun? Jawohl! Was ist zu tun? Ihr könnt jederzeit... Eure Anweisung... Eure Anweisung... Eure Anweisung... Wir stehen zur Verfügung... Okay? Ihr seid nicht Dieser, dies Schiff, hat noch jede Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Angetreten? Jawohl. Eure Anweisung? Wir sind bereit. Was ist zu tun? Jawohl. Kein Einblick. Der Kapitän ist einer Fahrt. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Was ist zu tun? Nichts kann uns standhalten. Ach, wie wärmt es mein Herz. Eure Anweisung? Bereit? Wie lautet euer Befehl? Wir sind bereit. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Die Gottlosen aber bringen sich selbst... Wir stehen zur Verfügung. Noch ist Zeit zu gehen. Ihr seid ein wenig vorheilig mit der Aneignung meiner Läder. Ihr seid der Teufel. Ich stehe zu eurer alleinigen Verfügung. Ihr nennt mich eure. Euer Besuch ist mir eine Gelug. Ihr wünscht, ich wäre... Ihr seid der Teufel. Bereit? Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nichts kann uns standhalten. Wir marschieren los. Wir stehen zur Verfügung. Ah, was habt ihr zu vermelden? Vermehrt eure Anstrengungen. Es geht um das Wohl des Kaiserreichs. Bereit? Sehr freundlich. Kein geringeres. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ihr seid nicht rein... Jawohl! Jawohl! Es wäre mir ein Vergnügen, euch behilflich sein zu dürfen. Da steckt doch sicher mehr. Ich helfe euch gerne aus. Was ist zu tun? Eure Anweisung? Entfernt euch umgehend und ich werde diese Sache ver... Zwingt mich nicht zum Äußeren. Was ist zu tun? Handel... Die Hüter des Bundes haben sich nicht in euch getäuscht. Jawohl! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Heerschau? Oder nicht doch ein Truppenaufmarsch? Eine Produktion kommt zum... Ich habe Anweisungen erhalten, die ich... Wir sind bereit. Worum geht das? Eure Anweisung? Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Sind auf dem Weg. Eure Anweisung? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nichts kann uns standhalten. Konntet ihr diese wichtige Angelegenheit erfolgreich abschließen? Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Jawohl! Lasst sie bluten! Nichts kann uns standhalten. Ich stelle mich... Jawohl! Wir sind bereit. Dann los! Was ist zu tun? Bereit? Spiel gesichert. Wie lautet euer Befehl? Ihr seid der Teufel? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wenn es weiter nichts ist, womit... Wir stehen zur Verfügung. Die Gottlieb... Es geht mir um... Die Gottlieb. bereit sie ist als sicherheit so ist es recht wir sind bereit sie haben eine gegnerische einheit besiegt salam aleikum wie lautet euer befehl habt ihr eure pflicht erfüllt und den kaiser wird langsam ungeduldig einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her hier einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her wir stehen zur verfügung was ist das 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 zur Verfügung. Bereit? Worum geht das? Nichts kann uns standhalten. Bereit? Jawohl. Was ist zu tun? Wie lautet euer Befehl? Worum geht das? Jawohl. Jawohl. Nichts kann uns standhalten. Wir stehen zur Verfügung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was ist zu tun? Bereit? Wir sind bereit. Wir stehen zur Verfügung. Angetreten. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sie haben den Feind niedergerungen. Zwingt mich nicht zu. Ihr habt Eure Fähigkeiten eildurten. Die Fähigkeiten kommen nicht weiter. Nimm natürliche Hildurten wie das. Es ist ein ganz großer Fall. Jawohl. Worum geht das? Wir sind bereit. Formiert euch. Jawohl. Formiert euch. Bereit? Seid gewarnt. Auch ich verstehe, ein Schwert zu führen. Wie lautet euer Befehl? Ich nehme von dir, was mir zusteht. Aufbruch! Wie lautet euer Befehl? Sind unterwegs. Worum geht das? Vor mir durch. Spürt den Zorn Gottes. Spürt den Zorn Gottes. Spürt den Zorn Gottes. Jawohl. Bereit? Wir sind bereit. Eure Anweisung? Wir marschieren los. Volles Rohr! Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Volles Rohr! Was ist zu tun? Nichts kann uns standhalten. Haltet eure Soldaten im Zaum. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Was ist zu tun? Sie haben eine Schlacht gewonnen. Seid gewarnt. Auch ich verstehe, ein Schwert zu führen. Bereit? Aufbruch! Wir sind bereit. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Vor mir durch. Wie lautet euer Befehl? Also, worum geht das? Was ist zu tun? Bereit? Worum geht das? Formiert euch. Nichts kann uns standhalten. Bereit? Worum geht das? Wie lautet euer Befehl? Wir stehen zur Verfügung. Zwingt sie in die Knie! Eure Anweisung? Was ist zu tun? Jawohl! Volles Rohr! Los, 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 los! Eure Anweisung? Bereit? Wir sind bereit. Wir stehen zur Verfügung. Wir sind bereit. Jawohl! Eure Anweisung? Wir marschieren los. Jawohl! Wie ihr befehlt. Jawohl! Wir stehen zur Verfügung. Jawohl! Bereit? Ziel anvisieren! Nichts kann uns standhalten. Nichts kann uns standhalten. Attacke! Wir sind bereit. Ziel anvisieren! Volles Rohr! Neue Anweisung! Neue Anweisung? Nichts kann uns standhalten. Wie lautet euer Befehl? Nichts kann uns standhalten. Bereit? Wir stehen zur Verfügung. Bereit? Worum geht das? Wie lautet euer Befehl? Vermüht euch nicht weiter. Die Sache hat sich bereit. Eine Trutzburg des Feindes wurde an ihrer Küste errichtet. Das Alter sollte ruhig der Jugend den Vortritt lassen. Wie lautet euer Befehl? Eure Anweisung? Bereit? Sie haben eine Schlacht gewonnen. Was ist zu tun? Formiert euch. Bereit? Wie ihr befehlt. Wir stehen zur Verfügung. Bereit? Dark! Alles in die Luft! Jawohl! Lasst sie bluten! Eure Anweisung? Was ist zu tun? Bereit? Dark! Alles in die Luft! Ihr könnt jederzeit melden. Bereit? Wie lautet euer Befehl? Was ist zu tun? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Man greift eines ihrer Gebäude an. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Was ist zu tun? Wir marschieren los. Wir stehen zur Verfügung. Jawohl. Bereit? Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz? Eure Anweisung? Eure Anweisung? Worum geht das? Wir sind bereit. Bereit? Wir sind bereit. Feuer frei! Bereit? Kommt zum Erliegen. Bereit? Feuer frei! Wir sind bereit. Jawohl. Was ist zu tun? Eure Anweisung? Wir sind bereit. Wie ihr befehlt. Wir sind bereit. Volles Rohr! Nichts kann uns standhalten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nichts kann uns standhalten. Aufbruch! Was ist zu tun? Wie ihr befehlt. Wir stehen zur Verfügung. Wir marschieren los. Wir sind bereit. Nichts kann uns standhalten. Bereit? Stark! Alles in die Luft! Nichts kann uns standhalten. Nichts kann uns standhalten. Nichts kann uns standhalten. Feuer frei! Was ist zu tun? Wie ihr befehlt. Worum geht das? Was ist zu tun? Dann los! Eure Anweisung? Ein fairer Handel. Bereit? Ziel anvisiert! Volles Rohr! Was ist zu tun? Bereit? Aufbruch! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Armee marschiert los! Aufbruch! Bereit? Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Was ist zu tun? Lasst sie bluten! Wir sind bereit. Bereit? Ziel anvisieren! Bereit? Wir stehen zur Verfügung. Jawohl! Jawohl! Feuer frei! Jawohl! Feuer frei! Man greift eines ihrer Gebäude an. Eure Anweisung? Nichts kann uns standhalten! Feuer frei! Wir sind bereit. Das gefällt mir. Jawohl! Nichts kann uns standhalten! Eure Anweisung? Nichts kann uns standhalten! Wir sind bereit. Formiert euch! Was ist zu tun? Jawohl! Eure Anweisung? Attacke! Nichts kann uns standhalten! Nichts kann uns standhalten! Was ist zu tun? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Sind auf dem Weg! Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren los! Nichts kann uns standhalten! Dann los! Spiel gespeichert! Worum geht es? In ihrer Stadt haben sich die ersten Patrizier niedergelassen. Wir stehen zur Verfügung. Worum geht es? Jawohl! Wie ihr befehlt! Bereit? Wie lautet euer Befehl? Was ist zu tun? Bereit? Ihr Volk leidet Hunger! Wir stehen zur Verfügung. Wir marschieren los! Bereit? Wir sind bereit! Bereit? Jawohl! Los! Wir sind bereit! Wie ihr befehlt! Nichts kann uns standhalten! Aufbruch! Nichts kann uns standhalten! Start! Alles in die Luft! Nichts kann uns standhalten! Sind auf dem Weg! Wir sind bereit! Attacke! Jawohl! Worum geht das? Was ist zu tun? Was ist zu tun? Wir sind bereit! Ich helfe euch gerne aus! Bereit! Ja! Alles in die Luft! Volles Rohr! Jawohl! Worum geht das? Ja! Alles in die Luft! Ich helfe euch gerne aus! Bereit? Man greift eines ihrer Gebäude an! Wir sind bereit! Jawohl! Bereit? Sie haben ein feindliches Militärgebäude erobnet! Nichts kann uns standhalten! Vor mir durch! Jawohl! Salam Aleikum! Es ist mir wie immer eine Ehre! Wir sind unterwegs! Handelsgebäude erobert! Wir sind bereit! Volles Rohr! Jawohl! Bereit? Lasst sie bluten! Sie haben eine Schlacht gewonnen! Jawohl! Feuer frei! Worum geht das? Dann los! Worum geht das? Bereit? Bereit? Dann los! Bereit? Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren los! Wir stehen zur Verfügung! Was ist zu tun? Bereit? Ja! Alles in die Luft! Euer Vorsprung wird nicht lang! Bereit! 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 Ihre Bevölkerung kann das Bedürfnis nach Glauben nicht stillen! Beleit! Worum geht das? Vater! Warum hast du mich verlassen? Oh! Das ist sehr bedauerlich.